Ach, ich habe heute geträumt hier, es gibt Wildschwein. Mensch, hier du, das war, ach, es hat so lecker ausgesehen, Wildschwein hier. Hier, und was habe ich? Ah, das Socke, hier. Kann ich ja essen oder was, hm? Ja. Also, das war wirklich schön hier, du, der Traum vom Wildschwein. Mit Klöße und so, ach, Mensch, und was haben wir hier? Reis hier, du. Das ist der Wahnsinn hier, Mensch. Ach, ich würde jetzt sogar ein Wildschwein essen, du, Mensch.